grüß euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich war auch noch 3 heute mal 3 gegen 3 am anfangsbildschirm habe ich immer zuerst die fraktionen eingeblendet ihr könnt ihr stoppen wenn es zu schnell für euch ist und dann könnt ihr schauen wer gegen den spielt und brauche euch das nicht zu lange eingeblendet lassen ich hoffe das passt für euch so runter da boys runter da soo den stellen wir gleich mal da rein nein das war falsch weil ich bin halt echt ein bisschen verpfeilt kann das sein ich glaube ich helfe mir schnell drüben mit dann hätten wir das gleich geklärt ja der hat eine base da gehen wir rauf und helfen so drückstart 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 denn na bist du jetzt haben wir hier 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 2 Gehen wir immer alle einsalım? Oh, wassit da? Das wird zu viel Oh, kommt schon Das war jetzt nicht nötig Da drüben liegt noch, glaub ich, Schrotter, was ist immer noch denn gerade nicht? Leider So, hier haben wir gleich wieder auf der 1 Wir haben die Energie brauchen O.K. 6 Pflanzenwerse, eben war die gleiche Ich hasse sie Daka Hütte Daka Daka Ah, dann muss ich gleich wieder zurückziehen Ja, ist gut Hm, wollen wir uns noch einen? Ja Den holen wir uns Ich werde von denen jetzt nur zwei bauen und den Rest dann mit den Aber wir sind Panzerknackers Schöpfen Schöpfen So, wer ist das da? Schöpfen 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 Das Ding ist ein Hero immer schön zum Scouts-Up deck Aber das Ding ist immer schön zum Scouts-Up deck Was ist das? Offf! Was ist das? Alleine ist draufgegangen, das passt aber nicht so schlimm, nicht so schwer. Schwarz sammeln wir gleich auf in das Schiff. Ein paar noch in den hier. Schwarz sammeln wir gleich auf. So, Verbesserungsbüttchen. Wir können auch schon bald den nächsten machen. Hier noch Franzi, ja, wir haben gleich. Dann können wir gleich mal die nächsten machen. Hier noch Franzi, ja, wir können gleich. Was soll das sein, ich habe mich schon gewohnt, wo einen hinlaufen Die Raketen habe ich jetzt dabei Ich freue mich schon Bei denen habe ich die Granaten dabei, dass der nebenbei immer wieder Granaten wirkt Und bei den Tank Boys habe ich auch irgendwas dabei, dass es gerade nicht genau war Lassen wir die mal alleine stehen Nein, ich bin da Okay, ich bin da 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 Stirb! Ja, sehr schön Im Ernst jetzt? Haben die wirklich aufgegeben? Ja, sie haben aufgegeben Ich gebe nie einen Game auf Aufgeben? Nee, geht nicht Das macht man einfach nicht Wie bei meinem letzten 2 gegen 2 Und wenn nur noch der Generator selber da steht, da gibt man nicht auf Da geht es nur ums Prinzip Ich kann dann noch immer irgendwas lustiges passieren Ja, viel Erfahrung haben wir bekommen Schaut's mir den Kills aus Ja, produzierte Einheiten 73 Verlorene 75 Die haben sogar mehr als ich Der hat mehr verloren als produziert Der hat aber auch immer die ganze Zeit umgebettelt Ressourcen Der hat echt viel Ja, im Prinzip Kurzes Game, was soll man da sagen? Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen Wenn nicht, ist auch ok Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Bis dahin, ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal